Hallo, hier ist der Martin von Manne Mankees. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 4.5.2020. Unser DAX ist völlig kaputt gegangen am Freitag. Den hat es ordentlich niedergestreckt. Für das moralische Thema, für die Technikschulung, was wir hier am Freitag gemacht haben, wo ich mir sehr viel Zeit genommen habe, ist das natürlich auch genau das, was mir diesen Kampf gegen dieses Thema so schwer macht. Aber ich lasse da auch nicht nach, ich bleibe da auch dran. Sie können sich das vorstellen, wenn ich mich hinstelle und hier im Video sage, man muss irgendwo hier rausgehen und man muss die Reißlein, man muss mit Stop, man darf nicht ohne Stop-Loss. Sie können sich natürlich vorstellen, wie die Leute reagieren, die ohne Stop-Loss handeln und dann kommt am nächsten Tag die ganze Kiste noch zurück und noch viel weiter. Sie können sich vorstellen, wie die dann natürlich gegenüber jemandem wie mir, der hier auf Disziplin und der hier auf Vernunft letztendlich appelliert hat, gegenüber entgegnen. Die sind total überzeugt davon und das ist das, was es so schwierig macht, gegen dieses ohne Stop-Loss-Trading anzukämpfen. Aber ich kann es Ihnen sagen, ich mache das jetzt hier seit, keine Ahnung, wie lange wir tagtäglich die Leute auch betreuen. Lassen Sie es drei, vier Jahre sein und man sieht sehr viele, also keine Ahnung, ich kann gar keine Zahlen nennen, wie viele Leute wir begleitet haben, die gescheitert sind und erfolgreich geworden sind. Aber was bei allen gleich ist, ist das, wie sie erfolgreich werden und das, wie sie nicht erfolgreich werden. Und das ist halt ein Punkt, weswegen ich sage, ich kann mir das auch rausnehmen, da halt einfach meine Meinung auf Starr und ohne Widerrede zu akzeptieren und zu dulden, einfach durchzuziehen. Weil ich einfach sehe, dass all jene, die dieses bestimmte Muster machen, dieses immer wieder mal nachkaufen, Position, Stop-Loss rausnehmen, liegen lassen, auf Glück spielen, dreht ja immer. Ich habe ja irgendwann recht, so nach dem Motto, ich weiß ja, dass er eh irgendwann wieder runterfällt. Deswegen gehe ich jetzt hier in die steigende Bewegung Short rein, weil ich weiß, dass er fallen wird. Und wenn er dann fällt, dann bestätigt mich das. Dass, wenn ich keinen Stop-Loss, wenn ich einen Stop-Loss drin gehabt habe, wurde er mir sinnlos rausgeholt. In dem Moment, wo ich keinen drin hatte, bin ich davon gekommen. Und das heißt, und das sorgt dafür, dass diejenigen, die ohne Stop-Loss immer eine bestimmte Entwicklungskurve haben und die sich natürlich von jemandem unterscheidet, der mit Stops handelt. Also während jemand, der mit Stop-Loss handelt, vielleicht manchmal sogar eher in die Richtung sein Depot sich entwickelt und sich fragt, ja, wozu mache ich das, warum läuft das denn so. Der hat irgendwann eine gute Woche halt, bei dem läuft es irgendwann gut und dann kommt man hier richtig Geld rein. Und wenn er dann auch weiß, wie er damit richtig umgehen kann, geht es bei ihm wieder so hier weiter. So hier weiter, vielleicht sogar wieder ein bisschen abwärts, dann kommt wieder eine gute Woche und es läuft wieder gut. Diejenigen, die ohne Stop-Loss arbeiten, die realisieren ja ihre Verluste nicht. Das heißt, die haben eine ganz andere Performance-Kurve, die entwickeln sich ganz anders halt. Die machen vielleicht mal was auf einen Stand weg, aber die entwickeln sich in der Regel nie nach unten mit den Trades, die sie realisieren. Das heißt, das sind die Leute, die dann auch relativ schnell sagen, ja, ich habe jetzt hier 500, 600, 700, 800, 900 Punkte zusammen getradet in der Woche und das läuft ja richtig gut und das ist super einfach. Und das geht immer so weiter, die kriegen irgendwann einen Höhenrausch, hören die auf, wollen immer höher, wollen immer weiter hinaus. Man ist dann sogar leicht mit parabolischen Ansätzen, malen sich dann aus, okay, wie weit kann es denn noch hochgehen und so weiter. Und dann kommt diese eine schlechte Woche, diejenigen, die mit Stop-Loss handeln, so hier aussitzen. Also das ist dann die schlechte Woche bei denjenigen, die diszipliniert mit Stop-Loss arbeiten und die schlechte Woche bei denen, die ohne arbeiten, die sieht dann so aus. Dann gibt es einen fetten Bams nach unten, dann läuft er nochmal wieder an, man realisiert dann immer noch nicht, weil man glaubt, naja, jetzt läuft er doch gleich wieder zurück. Und zack, steht man am Ende hier unten, zahlt wieder ein und hat damit was gekonnt. Man ist unter diesem Niveau von hier, sprich, man hat Geld verloren. Und das geht immer wieder so weiter, von Monat zu Monat geht das dann wieder schön nach oben, immer weiter, immer weiter, immer wieder gute Gewinne. Man hat es ja jetzt raus und dann kommt wieder ein so ein blöder Tag, ist dann Trump schuld, ist dann der Analyst schuld, sind dann irgendwelche Nachrichten schuld, die man nicht gesehen hat. Oder es gibt unterschiedlichste Gründe, warum das dann scheitern kann. Die sucht man manchmal vielleicht sogar bei sich selber, sagt sich, ach, mein Depot war einfach zu klein gewesen, hätte ich 2000 Euro mehr Treff gehabt. Und dann wäre ich von hier unten wieder nach hier oben gegangen, weil mir die Position nicht rausgeflogen ist. Oder ich wurde in der Nacht vom Broker jetzt hier zwangsgeclosed. Es gibt unterschiedlichste Gründe, aber Fakt ist, wir haben, also das sehe ich ganz klar bei den Leuten, wir haben zwei Verhaltensmuster. Das ist einmal das und das ist einmal das. Ja, so. An dem hier unten im Blau kann ich gut arbeiten. Da kann man mit Wahrscheinlichkeiten, mit Technik, mit charttechnischen Analysen, mit ein bisschen Mindsetting und alles. Das kann man trainieren, das kann man hochzüchten. Das kann man hochzüchten. Das hier ist unheimlich schwierig auf eine profitable Bahn zu lenken einfach, weil diese Leute so unglaublich viel Überzeugung haben, dass das ja immer wieder gut klappt und dass sie ja gut sind, weil sie nicht verstehen, dass Risiko und Chance sich gleich bedingen. Das heißt, in dem Moment, wo ich 10 Punkte Take Profit habe, 10 Punkte Chance, habe ich bei einer normalen, wenn wir gehen einfach mal aus dem Markt, ist normal und hat eine normale Schwankung, habe ich eine etwa gleich verteilte Wahrscheinlichkeit, dass das eine erreicht wird wie das andere. In dem Moment, wo ich den Stop-Loss hier rausnehme, habe ich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einer ganz anderen Seite, weil meine Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt auf das 0 runter geht. Das heißt, ich erhöhe mir meine Trefferquote künstlich durch diesen ohne Stop, rein mathematisch betrachtet, ungemein bis hin zu 100%. Also ich erhöhe mir meine Trefferwahrscheinlichkeit auf gut 90 bis 95% und das Problem ist aber, dass ich mit diesen 90, 95% eben diese Strecke abdecke und dann aber irgendwann diese 5 bis 10% kommen und ich dort aber alles verliere, was ich bis dahin erfolgreich reingetradet habe. Und das ist eine schwierige Situation, aus diesem Muster rauszukommen. Wie gesagt, da ist Überzeugung oft sehr, 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 sehr groß, dass das richtig ist, was man selber macht und man braucht unheimlich lange, um zu verstehen, dass das gar nicht der Weg ist, den man gehen kann. Weil man immer wieder versucht, man versucht immer wieder hier dran zu arbeiten, weil man denkt, das ist der Fehler. Man versucht immer hier dran zu arbeiten. Warten Sie, ich mache Ihnen das ein bisschen schöner. Das können Sie mal beobachten in Foren. Man kann solche Leute auch ganz schwer überzeugen, das geht nicht. Man kann es immer mal wieder ein bisschen appellieren, aber man muss sie die Erfahrung selber machen lassen. Das ist zu schwer zu greifen, weil die Leute, die versuchen immer, das hier zu fixen. Die denken, das ist ihr Problem. Die denken, dass sie hier falsch agieren, sehen aber nicht, dass das eigentlich nicht anders kommen kann, wenn man die Strecke so macht. Das heißt, eigentlich ist der Weg, um das hier zu vermeiden, das hier, ist das hier anders zu machen. Weil das eine bedingt das andere. Das ist reine Mathematik, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, das ist letztendlich stupides, fünfte Klasse Mathematikwissen. Einfach mal auf einen chaotischen Markt angewendet. Aber ja, also das ist der Grund, warum ich da immer wieder ein bisschen mehr Zeit auch investiere und ein bisschen länger drüber rede, weil das immer wieder Gegenstand ist. Und wir haben es auch gestern gesagt oder am Freitag gesagt, auch wenn man hier Glück hat, sollte man sich jetzt da was vornehmen. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt auch nochmal. Deswegen sind wir es auch nochmal durchgegangen. Sollte man sich etwas vornehmen, damit das nicht nochmal passiert, nicht, dass man dann auf der Unterseite das gleiche nochmal bekommt. Und das habe ich auch nicht ohne Grund gesagt, weil häufig ist es so, der rennt dann durch, der rennt dann durch. Man realisiert irgendwann hier seinen kleinen Gewinn. Er hat sich das 500 Punkte im Minus angeguckt, nimmt dann seine 10 Punkte Gewinn mit. Und dann probiert man, ach cool, kommt ein Gap, gehe ich mal long rein. Und dann geht das Ganze genau aus der anderen Seite wieder los. Aber irgendwann, wenn Sie das immer wieder so machen, kriegen Sie eine über den Deckel und dann war es das. Deswegen lieber riskieren, dass auch mal einen Monat rot ist oder dass mal ein, zwei Wochen rot sind oder dass vielleicht auch mal zwei Monate rot sind. Solange die Wochen und Monate kontrolliert laufen, solange Sie die im Griff haben, solange Sie her der Lage bleiben, aus jeder Situation, die Sie haben, immer wieder raus, nach oben rausholen zu können. Auch wenn Sie zum Beispiel mal unsere Elise angucken, also das, was wir auch im Trading-Dienst machen, die hat eher mehr diesen typischen, eher mehr das hier, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn die dann ihre drei, vier, fünf, sechs guten Wochen kriegt, die sie oft genug hat, dann ballert die sich auch gut immer oben wieder raus. Dann schafft die da auch 20, 30 Prozent, relativ schnurstracks dann am Stück. Gerade im August hat sie meistens gute Wochen, aber auch im Juni sind immer mal gute Wochen. Anfang Dezember, Ende November ist, glaube ich, auch immer relativ gut bei uns, Alisa. Aber dadurch, dass sie auch immer mal wieder Verluste realisiert. Wir sind zum Beispiel am Freitag, sind wir auch ausgestoppt worden oder haben uns ausstoppen lassen und nicht eben einfach gesagt, okay, wir lassen den jetzt so lange laufen, bis er ein Gewinn ist. Auch wenn ich selber in dem Moment stark daran glaube, dass wir uns auf einem bestimmten Kursniveau erholen, aber wir sagen trotzdem, okay, wir realisieren das, halten damit unser Depot stabil in einer Verfassung, aus der wir zu jeder Zeit nach oben wieder raus beschleunigen können, wenn der Markt gut mit uns arbeitet. Das können wir nicht, indem wir auf die Art und Weise agieren, weil wir dann jedes Mal völlig die Kontrolle verlieren, wenn das gegen uns läuft. Also das ist einfach nochmal wichtig, das ist mir einfach wichtig, dass sie das verstehen, dass sie das lernen, wenn man sich mit Day-Training beschäftigt, also wenn man täglich handelt, das ist einfach essentiell, das ist Passes Wissen. Früher habe ich sowas nur ausschließlich in den Seminaren quasi geschult, davon bin ich ein bisschen weggeruhigt, weil ich der Meinung bin, das muss einfach vorher hin, das muss schon jemand können, der bei uns auch selbst im Premium-Dienst schon drin ist, der muss sowas wissen, der muss sowas können. Und deswegen setzen wir da an der Stelle immer weiter vorne an halt. Das, was ich künftig mit Seminaren schuhen will, das ist dann hinten raus wirklich die Endstufe. Aber dieses Basiswissen, also da bin ich sehr aktuell auch sehr stark dran bestrebt, dass wir das irgendwie auch kostenlos bei uns mit auf die Seite draufgerollt kriegen. Auch wenn das viel mehr aufweitet ist, als ich es am Anfang erst gedacht hätte. Da hat auch jemand gefragt, na machst du da mal ein Video für? Da habe ich gesagt, ja, es ist gleich fertig, aber es wird und wird nicht fertig. Ich meine, es muss auch gut sein, es muss verständlich sein und es muss ihnen helfen können. Aber gut, das insofern, jetzt gucken wir auf die Analyse, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Das ist jetzt, ich muss gucken, dass wir hier Zeit ein bisschen im Blick behalten, aber so lange brauchen wir nicht. Im Grunde genommen haben wir einen echt krassen Konter gesehen. Wir sind aus der Zone oben richtig heftig nach unten geprallt. Wenn ich an den Tagesschau zu erinnere, hatten wir das sogar so mal drinnen gezeichnet. Letztendlich ist es die Welle, die wir hier gesehen haben. Warum auch immer ich die weggezogen habe, ich glaube, ich habe mich einfach nur so doll über die ganzen Ohne-Stop-Shorter geärgert, dass ich, auch wenn die natürlich sich jetzt ins vollsten lachen, die haben jetzt recht gehabt, war das ja so, so hat man es immer eingezeichnet. So war unsere Einzeichnung. Und von daher ist es eigentlich jetzt nicht verwunderlich, dass es gemacht hat. Nicht verwunderlich, dass es gemacht hat, dass es runtergekommen ist. Und man sollte da jetzt auch aufpassen. Gefühlt, so was wir im Chat wahrgenommen haben, bei uns auch auf der Seite, war schlagartig. Sofort komplett bärisch, Alter. Also kriegen wir jetzt hier die neuen Teams bis wohin, fallen wir jetzt 9000 da. Und ganz, ganz, ganz viele, die gesagt haben, dass die 11.300 jetzt das Jahreshoch war. Das habe ich so oft gehört am Freitag. Und am Donnerstag, das war ja richtig erschreckt, ich habe die ganze Zeit vom Freitag geredet. Freitag war Feiertag, ich meinte Donnerstag. Das vielleicht nochmal als Korrektur von dem, was wir bisher in den ersten 10 Minuten schon haben. Aber ganz, ganz viele, die gesagt haben, oh ja, und die 11.300 sehen wir bis Ende 2020 nicht. Sie glauben nicht, wie oft ich das gelesen und gehört habe. Immer wieder auch von unterschiedlichen Leuten. Und persönlich ist das für mich so ein Warnsignal, wenn alle so sagen, 11.300 sehen wir bis Ende 2020 nicht mehr. Es sind jetzt halt auch nur 700, 800 Punkte nach oben. Also das ist nur kein Hexenwerk für einen DAX, das schnell mal wieder abzuholen. Selbst wenn er sich nur mal kurz wieder erholt und dann trotzdem abkippt. Also ich würde jetzt hier mal noch nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen und zu negativ werden. Aber was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass ich durchaus jetzt mit jedem tieferen Tief hier jetzt auch nach unten mich öffne und mitgehe. Also das heißt unter 10,530 beispielsweise. Unter 10,530, unter 10,430, unter 10,470. Andersrum. 10,530, 10,470, 10,430, 10,300. Mit jedem Tief, was er macht, kann man immer wieder Short mitgehen halt. Also der liefert sich dann so eine Welle von Verkaufssignalen und das sollte man auch. Man sollte auch auf der Unterseite hier Short agieren, wenn der Markt unter 10,530 runterfällt, da wir durchaus bis 9.500 wegkippen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von dort dann trotzdem nochmal hochdrehen. Würde aber auch schon sagen, unterhalb von 10,530, unterhalb von 10,470 sollte man schon besser eher versuchen, um kurzfristig auch Short mitzugehen. Für den Fall, es kommen hier lange Kerzen rein, dann besser lieber oben eingesetzt, als dann unten erst bei 9.100 anzufangen, Short zu suchen. Das ist auch ein bisschen das, was wir am Donnerstag gesagt haben. Achten Sie darauf, wie er mit der 11.200 umgeht. Wir haben gesagt, wenn der hier gleich rote Stundenkerzen reinlegt und sich unter die 11.200 zieht, dann kann der hier auch wieder zurückrutschen. Dass er so weit zurückrutscht, hätte ich nun auch nicht erwartet. Aber im Grunde, Sie sehen es, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze. Das heißt, tatsächlich fertig war hier erst im Bereich um 10.800. War auch der Bereich hier, hier hinten haben wir dann auch uns mit unserer Elisa noch einen Long reingesetzt gehabt. Der ist uns dann dummerweise ausgestoppt. Der war ein bisschen unglücklich. Die Order, die wir drinnen stehen hatten, die ist erst schön angerannt worden. Er hat einen Punkt vorher weggedreht. Er ist da gut 60 Punkte nach oben geballert, ohne uns mitzunehmen. Und dann runter zu, als er uns dann abgeholt hat, hat er uns gleich rausgeschlagen. Aber gut, das gehört dazu. Also ich hätte schon erwartet, dass wir im Rückwärtsbereich spätestens an der 10.900, 10.855 uns deutlich stabilisieren. Das haben wir nicht getan. Das heißt, für mich ist das auf jeden Fall ein Schwächesignal, weil er hier im Grunde genommen, der Rücklauf ist okay. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich gewesen von der 11.200, so als Überraschungsmomentum, einfach so ein bisschen runter. Auf 11.45 haben wir es, glaube ich, sogar erzählt. 11.45, 10.900, das waren so die Rücklaufbereiche. Aber, dass er das komplett kalt gemacht hat dann, das ist schon ein Schwächeszeichen. Und es ist vor allen Dingen auch ein Umkehrsignal, weil wir haben neue Hochs gesehen, wir haben Euphorie am Markt gesehen. Also, was der uns am Mittwoch reingestellt hatte, war Euphorie. Und am Donnerstag hat er das direkt zerkloppt, volle Hütte. Also, hundertprozentig kaputt gemacht. Da hat es auch nicht viel geholfen, wenn man die grünen Katzen abgewartet hat, weil der einfach von oben bis unten durchgezogen ist. Der hat zwar trotzdem an den kleinen Niveaus immer wieder schön aufgedreht, immer wieder probiert hochzudrehen und immer wieder gezeigt, naja, naja, komm, die Marken, die der angelaufen hat. Also, wenn wir mal die Mails gegenüberlegen, die wir noch rumgeschickt haben, exakt, also punktgenau, jedes einzelne Supportniveau angelaufen und gut 30, 40, 50 Punkte nach oben reagiert. Ne, aber trotzdem am Ende nur runtergefallen. So, und am Freitag, als die Amerikaner offen hatten und der DAX nicht gehandelt wurde, sehen Sie hier ein paar Kerzen bei mir im Chart. Das ist quasi das, was von den amerikanischen Futures jetzt abgeleitet wurde auf den DAX, was hier passiert ist. Und da sehen wir auch, den hat sie ordentlich nochmal runtergezwirbelt. So, das heißt, wir haben jetzt hier unten diesen Unterstützungsbereich, den wir am Donnerstag schon mal angesprochen hatten, um die 10, 4, 70, 10, 4, 30. Sollte der DAX sich dort stabilisieren und aufdrehen, muss man extrem vorsichtig sein. Denken Sie nämlich an den Tagesschart, der kann ja nämlich direkt wieder bis hoch. So, und das wird widerlich. Also, nach dem Mittwoch, glaube ich, der Mittwoch war schon nicht leicht, ne, aber dann so einen Tag hinterher, also das ist schon, das ist schon hohe Kunst. Das ist fies vom Markt und das ist, ähm, das ist nun nichts, wo man sagen kann, das hätte man so in dem Sinne kommen sehen. Auch wenn viele sagen werden, sie haben es genauso erwartet, ne, aber auf ein neues Verlaufshoch, ähm, das ist rein technisch betrachtet einfach ein Kaufsignal halt, ne. Es zeigt, dass der technische Markt in Ordnung ist und wenn man jedes neue Hoch immer wieder verkaufen würde, ähm, dann würde man nie einen DAX auf 13.400 stehen sehen oder so. Weil in der Regel ist es ja so, wenn ein Trend läuft, werden neue Hochs immer wieder gekauft, ne, in die Bewegung hoch rein, ähm, vorwärts, 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 kurze Rücksetzer und weiter. Das hat jetzt hier nicht geklappt. Für mich ein Zeichen von Trendschwäche, unserer Erholung auf jeden Fall, ne, ähm, gibt uns auch mehr Mut und Zuversicht eigentlich auch, dass die, ähm, selbst wenn wir wieder hochkommen, dass wir Ähnliches dann von der 11.500 auch so sehen, ne, dass er uns auch nach unten weg schmettert, wie er das jetzt hier getan hat. Wahrscheinlich sogar in gleichem Ausmaß dann, für den Fall, wir drehen uns auf. Aber, ja, nee, man muss es so sagen. Es war jetzt nicht positiv, es war jetzt eher schwach. Es war eine schwache Leistung gewesen und es ist ein Auskorn dann vom Optimismus halt, ne. Das ist schon beachtlich. Sollten wir jetzt hier weiterfallen, deswegen auch mein Spruch, ähm, umso tiefer er fällt, am besten Short mitgehen, kurzfristig, ne. Das heißt, unter 10.530 hat er Platz bis 10.470. 10.430, das ist nochmal eine schöne Unterstützungszone. Unter 10.430 dann für mich schon wieder Short-Terrain. Also unter 10.430 würde ich durchaus schon sagen, ähm, dann Short-Richtung 10.300. An der 10.300, an der 10.300, eigentlich können wir das hier hochsetzen, oder? Müssen wir das nicht so weit hier unten setzen. Ja, wir lassen es mal hier, das ist, gehen wir mal ein bisschen Puffer. Die 10.300 haben hier noch Unterstützung und alles, was unter 10.300 geht, ähm, wird dann wirklich, ähm, Beschleunigungsbereich. Das heißt, hier kann der DAX auch Tempo aufnehmen nochmal, deutlicher Tempo aufnehmen, mit Ziel auf Gap-Close oder zumindestens hier diese Unterstützungszone, die wir beim letzten Anlauf nach unten nicht gesehen haben, ne. Also, da ist hier jetzt schon ein deutlicher Risiko drinne. Ich würde aber trotzdem erwarten, oder erst mal vorsichtig sein, gucken, wie er reinkommt am Montag, ein bisschen schauen. Sollte der sich nämlich stabilisieren und aufdrehen, sehe ich den auch relativ schnell wieder an einer 7.30, 7.50 stehen, relativ schnell sogar wieder an einer 10.8.20 sein Gap zu machen, ne. Und alles, was über 10.8.20 geht, muss ich auch sagen, würde ich persönlich schon wieder long mitgehen. Ja, weil ich glaube, dass der sich dann einfach auch wieder nochmal bis da hoch in die Zone kämpfen kann. Ne, also, das sehe ich schon so. Das heißt, ich würde dann hier einfach so sagen, naja, vielleicht in dem Bereich, ja, dass wir sagen können, okay, von dort sollte dann schon ausgegangen werden. Auch wenn da ein 61er Retracement vielleicht kommt, auch wenn da das und das ist, ähm, sollte man sich darauf einstellen, dass der hier wieder hochlaufen kann, ne. Und, ähm, zuvor haben wir dort eben, wie gesagt, noch einen kleinen Widerstandsbereich. Das sind so die wichtigen Punkte auf der Oberseite. Hier können wir eine kleine Reaktionsmarke reinmachen, die zuckt bestimmt mal gut. Und damit haben wir eigentlich alles fertig, ja. Haben wir den, haben wir den Stundenchart, haben wir den Tagesschart uns angeguckt, Monatschart, können wir auch mal kurz noch drauf gucken, bloß ein paar Sekunden. Und, ja, das ist so meine Meinung. Also, ich würde mir den Montag anschauen, stabilisiert er sich zwischen 4,70 und 4,30, würde ich davon ausgehen, dass wir hochspringen an die 7,50, an die 8,20. Das ist dann, wäre erstmal ein Bereich, wo wir, wo wir sicher nach unten wegdrehen können auch, ne. Und alles, was drüber geht, für mich dann schon wieder ein Zeichen, Vorsicht, Vorsicht, sobald wir über 10.900 gehen, sobald wir über 11.000 wieder gehen, für mich ein Zeichen, dass wir wieder hoch wollen, ne. Oben raus, wieder rein in diese Tagesschartzone, ja. Also in die hier. So, dann können wir noch kurz einen Blick auf den Monat werfen. Der Monat ist jetzt hier seine Wochen-, äh, seine Monatskerze wieder ein bisschen runtergezogen, aber was sehen wir, wir sehen einen deutlichen Konter, eine deutlich grüne Kerze, die läuft jetzt erstmal an. Wenn ich das jetzt hier sehe, ist eine kleine Besonderheit, die beim DAX häufig passiert, sollte man sich mal auf den Zettel mitschreiben, ähm, da wird man nicht mehr dran denken, wenn es kommt, ne. Deswegen am besten kleinen Zettel schreiben, an Bildschirm kleben, 10.020, 10.010. Mal bitte auf den Zettel schreiben, an Bildschirm kleben, sollte uns der DAX jetzt hier weiter runtertauchen, und in dem Bereich nach oben drehen, gehen sie mal davon aus, dass der von dort gut 1.500 Punkte nach oben kam. Das macht er nämlich ganz gern, das ist ein typisches, typisches, ähm, Bild, wenn er, also das macht er auf allen Zeiteinheiten gerne, ne, auch auf Stunde oder wie Tag, wenn er DAX aus dem Band weit raus schließt und dann mit einer doch schon sehr kräftigen Kerze wieder im Band reinschließt, läuft er häufig in der Folgekerze nochmal einmal das Band an und stößt sich dann Richtung mittleren Band. Ne, das sieht man ganz, ganz, ganz oft und ganz häufig, deswegen würde ich mir hier einfach mal selber eine kleine Randnotiz machen, wenn wir 10.020 anlaufen und nach oben reagieren, also eine grüne Tageskerze sollte man Minimum abwarten und dann kann man sich da nämlich auch schön orientieren, dann nimmt man die grüne Tageskerze, steigt nach dem Tagskloß ein, setzt den Stop-Loss unter die Tageskerze und könnte dann mal versuchen, dieses Setup anzuhandeln, ne, dass man einfach versucht, ähm, oben raus zu gehen oder beispielsweise auch den Stop-Loss dann hier unter diese Kerzen, ähm, Schlusskurse und Eröffnungskurse legen, ne, so im Bereich 9, ja, sagen wir mal 9, naja, 9, 9,500, hehehe, legen sie mal ihren Stop auf 9,500, ne, das machen sie nicht und da liegt nämlich der Gap-Close, ne, also, das wird interessant, das wird aber interessant, das traut sich dann nämlich wahrscheinlich keiner, hier Long zu kaufen, wenn er das Gap hier drunter noch sieht, also das wird echt interessant und das macht, das wird auch noch zusätzlich dazu passen, zu dieser Regel, die der DAX auch gerne macht, dass er nämlich diese Gaps nicht schließt dann, sondern immer die, die eine Kante anläuft und dann erstmal wieder voll zurückschießt halt, ne, ähnlich wie wir es ja jetzt hier auch gesehen haben, ne, der Gap-Close ist nicht direkt erfolgt, er ist an die Gap-Kante ran, das war hier der Fall und dann am nächsten Tag direkt erstmal wieder zurück, ne, auf Tagesebene ist das hier oben dieses Gap, seht ihr das, was sie hier gemacht hat, hier oben, das ist das gleiche, so, und das habe ich Ihnen jetzt gerade hier im, im 2-Stunden-Chart auf, auf dem hier gezeigt, ne, das sind einfach so Sachen, die macht unser DAX gerne, da muss man immer ein bisschen drauf achten und da hat man schon ein bisschen Wahrscheinlichkeitsvorteil auf seiner Seite und mit dem Wahrscheinlichkeitsvorteil, wenn man dann, hier, Freunde, ja, wenn man dann ein bisschen versucht, diszipliniert zu handeln, nachhaltig zu handeln, so dass wirklich am Jahresende auch ein Gewinn stehen kann und nicht immer bloß ein bisschen Spaß war übers Jahr und am Ende doch wieder nur ein Minus steht, dann kann man das schön miteinander kombinieren, aber man muss diszipliniert auch ein bisschen dabei bleiben und wie gesagt, grundlegende Sachen einfach mit aufpassen und wie gesagt, ich kenne niemanden, der sagen kann, er war 3, 4, 5 Jahre profitabel gewesen und er handelt immer ohne Stop-Loss, also ich kenne profitable Trader, die handeln wirklich ohne Stop-Loss, aber die drücken trotzdem jede Verlustposition sehr zügig weg, viel zügiger als Gewinnpositionen, die sagen sich bloß, ich möchte entscheiden, wann die Position beendet wird, nicht mein Broker, ne, aber das, also das finde ich, das ist so fast Masterclass, das in den Kopf reinzukriegen, das kann ich erstmal keinem so empfehlen, man muss erstmal mit der Stop-Order klar arbeiten können, damit man weiß und akzeptieren kann, dass die Verluste mit dazu gehören, deswegen, hier, also so vertritt ich es immer, klare, klare, klare Linie, immer einen reinmachen, ne, und versuchen einfach, das Depot stabil zu halten, weil im Daytrading, ich finde, es ist unverzichtbar und wenn ich die Leute immer so sehe, die, die scheitern und die, die erfolgreich werden, gibt mir das immer recht, das ist immer das gleiche Bild von denen, die profitabel werden, ne, die, die dann irgendwann am Jahresende sagen, Mensch Martin, guck's dir an, hier, ich zeig's dir mal und das ist, das sind immer die gleichen Muster, die dahin führen und es sind auch immer die gleichen Muster, bei denen, die dann irgendwann nach drei, vier Monaten sich aus dem Dienst rauskündigen und sagen, so, ich hab, ihr macht super Arbeit, aber ich hab irgendwie mir das ganze Depot verhauen, ich hab's irgendwie nicht hingekriegt und das ist auch immer das gleiche Bild, was man bei denen dann vorfindet, wenn man sagt, na, soll ich mal drauf gucken, zeig mir doch mal die Trades, ähm, das ist immer das gleiche Bild, immer, 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 immer wieder und deswegen, nehm's es mit, ja, gut, also, dann, soll's das hier sein, ich versuche mich die nächsten Tage dann wieder ein bisschen kürzer zu fassen, ich denke, das Thema ist angekommen, mir ist es wichtig, na, ähm, und, machen's das Beste draus, viel Erfolg und viel Spaß dann hier in der neuen Woche, bis dahin, Tschö!